Willkommen zurück zu Call of Duty Modern Warfare. Ich bin es der Krom und es geht weiter bei dem Gemetzel auf hoher See. Obwohl, das haben wir ja nun überstanden, denke ich mal. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Ein Wagen kommt. Weiterverfolgen. verfolgen innen doch dieses schiff haben wir überstanden. Oh, wen haben sie da? Präsident der L, was stand da? L blablabla irgendwas Oh, so leid. Naah! All die Menschen mit diesem Mann werden die Schweren der Schweren bis zum anderen Zeitpunkt Aber wie wir uns die Welt sehen, das war die Welt. Es war ein deutlicher, dass die Leute, die Menschen, die der Mannschaft, die die Leute nicht kennenlernen. Die Höhren verfolgt. 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 Michos sind die fighten und gar Lucaske. Sie machen ein trocken. Was hat sich die Ohr respost centre? Ich habe keine Beine. 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 Ich habe eine Pistole? Oh, ein Scharfschüssegewehr. Ah, das behalten wir. So, was hat denn der bei? Der hat bei... Oh, so ein gescheiß Skorpion. Kleine Miniozi. Ich habe eine Scharfschuss. Die haben wir nicht gebrochen. Oh, was ist das hier? Was ist von dir denn her? Hier, Schnauze. Gott, da steht keiner mehr drinne. Ich habe ein Auto gefunden. Ich habe ein paar Wachmänner. Ach, da oben. Granaten hatte ich da auch. Da sind doch schon welche. Soll ich da Granaten reinhauen? Oh, nee. Wir machen einfach mal. So, ein paar Claymores vor der Tür passiert. Und dann der Loch vor der Tür. Aha. Der ist erledigt. Kontakt, wie kalte dich, du Kretia. Ja, 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 ja. Ich werde hier auch reinschmeißen sollen, siehste. AK, brauchen wir nicht. Nix, 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 nix. Weiter geht's. Da oben rein. Nix. Schön, schön, schön. Was haben wir denn hier? Ein zerfallenes Haus. Eine Toilette. Ist alles kaputt? Riechst du das, Gehessen? Ja, ich riech es. Ja, Kamarov. Was ist da? Hier liegt einer. Hallo. Willkommen im neuen Russland, Käpt'n Preiss. Da ist das. Kamarov. Wir müssen einen Informant rausholen. Die Internationalisten haben BM-21er auf der anderen Seite des Hügels. Ihre Raketen haben hunderte Zivilisten im Tal getötet. Nicht so schnell. Denken Sie an Beirut. Sie kommen mit uns. Hm, ich schulde Ihnen wohl was. Ja, ganz genau. Fania, gehen Sie rein und greifen Sie auf mein Zeichen hin an. Wo soll man denn hin? Von da aus kann Ihr Scharfschütze meine Männer schützen. Was, wo? Hier. Wir sind hier in alle den hinten. Oh, was ist das denn? Eine. Luftabwehr oder was ist das? Den wollen wir mal. Den wollen wir mal. Den wollen wir mal. Kontakt im Nordwesten. Mann. Jetzt. Was? Treffen Sie den anderen MG-Schützen durch die Wand. Den hab ich doch. Den da rein. Da kommt noch welche. Ach, versucht aber. Bamm, du stirbst. Wir müssen nachladen. Die gehen da rein. Ich ziehe keine mehr. Das sind unsere. Geht weiter. Los, rein da. Ja, nu, gie. Nachladen. Los, schnell. Kling, 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 kling. Komm. Hier ist er noch. Da sitzt noch einer. Und den haben wir auch gleich mit. Wir haben gleich beide weg. Schön. Was ist denn das? Was? Wo denn? Hier kämpft doch gar keiner mehr. Da ist noch einer. Oben auch weg. Hallo, was ist hier wie ein Krach? Hä? Hä? Was? Ein Granatwärter? Ach so, hier kann man noch um. Nee, will ich nicht. Das ist ja natürlich ein Krach. Hier ist doch überhaupt nichts. Ich glaub, wir haben einen Bug gefunden. Gut, weiter geht's. Da kommen noch welche. Da kommen noch welche. Wieso kommen hier noch welche? Waaah! Jetzt weg, Sherry. Wieso sind die denn eben nicht gekommen? Wollen die mich verarschen? Waaah! Äh. Ach, das ist Price. Hau ab. Oh, die Price. Weg, 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 Mann! Waaah! Granate! Na, komm her, hier. Sind's ja wohl. Down. Runter. Alter. Da kam da noch wer hier. Hier steht der mir im Weg. Alter. Ein Panzer. Ach du Scheiße. Na. Kling, kling. Bang! Hau zu, in die Luft geflogen. Komm hier. Nein, 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 nein! Oh, was ist das denn hier? Los, anvisieren. Und bam. Der lebt noch. Na klar. Da hinten sind noch zwei. Der ist weg. Der ist weg. Bam, bam, bam. Die haben wir auch noch. Der lebt noch. Jetzt nicht mehr. Äh, da läuft noch einer. Weg ist er. Da. Den haben wir. Der hängt da noch. Noch einer. Da. Der war zu schnell. Da sind wir hier. Da, 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 da. Kommst du her? Ja. Den Mump habe ich überhaupt noch. Ich weiß es nicht. Da ist einer. Auch weg. Ne, nur ein Treffer. Der lebt aber noch. Ja. Ja. Der lebt noch. Der ist weg. Ja, klar. Na ja, ein bisschen Mump habe ich ja noch. Den haben sie auch. Hier schießt auch noch einer. Äh. Die schießen da immer gegen. Da ist er. Den haben wir auch. Ach komm. Ich glaube, wir sollen weiter, ne? Na ja, los. Ach so, von hier soll ich schießen. Da hinten. Äh. Äh. Was ist da hinten? Da denn? Oder was? Das liegt da auf der Treppe. Guck mal. Wenn ich da bin, muss ich mal dran denken. Dass wir zu der Treppe gehen. So, los. Wir sollen es abseilen. Äh. Wir haben hier eigentlich schon ganz gut aufgeräumt. Öff. Der lebt noch. Ich schieße sie auch mit. Krass. Oh, einer von uns. Ich mach mich zurück hier, Mensch. Ich wusste, gibt's hier noch was? Nee. Na los, dann ab mal. Der hat noch geliebt. Gibt's mir gar nicht. Eine Muppe habe ich noch. Ach ja, wird das mal angezeigt. Äh, da komm ich nicht hin. Ja, ja, ich weiß. Ich wollte nur zu dieser Treppe. Aber da ist wohl nix. So, los, dann los, Price. Um, Strom aus. Okay, Strom unterbrochen. Los! Ich seh' nix mehr. End. Cool. Diese Nachtsichtgeräte macht das einfach. Safe. Heppler hoch. Was? Wer? Hey, wird denn hier auf mich geschossen? Das ist doch Nikolau hier, oder nicht? Ja. Hat der auf mich geschossen, oder was? Jetzt bin ich auf der Treppe. Ah. Hier ist aber nichts. Ne, ne. Hier, ne, gibt's auch nichts. Es gibt bei diesem Spiel eigentlich nichts weiter zu sehen. Halt! Wo darf man denn hin? Da hinten hin. Uh. Na los. Abmarsch. Hubschrauber wartet. Ne, weg hier. Was ist das da? Nur so, ne? Kleben, ob ich auch auf sechs. Rein. Geschafft. Schießt man das bestimmt mal ab mit dem Hubschrauber. Hast du? Niemals. Und warum nicht? Weil's den gar nicht gibt. Usmc Paul Jackson. Warships. Und ich würde mal sagen So, jetzt hab ich das weggemacht. Haha. Ich würde mal sagen, wie's hier weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Haut rein, Leute! Ja. Ja.